Super, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema anders als die anderen. Gehe deinen Weg ganz gleich, was die anderen Menschen sagen. Neulich sagte jemand zu mir, dass ich ein Trendsetter bin und das bin ich definitiv mit dieser Haube, denn das ist eine original Kickish-Beaniehaube und das ist ein Unikat. Die gibt es so nur einmal auf der Welt. Was bedeutet denn Trendsetter eigentlich? Ich bezeichne mich selbst nicht als Trendsetter, aber ich bezeichne mich als Mensch, der andere Wege geht, als viele andere Menschen im Leben und dir zeigt, dass dies definitiv möglich ist. Und wenn du dann andere Wege kriegst, anders als die anderen, kommen dann oft zu Fragen und, wie fühlst du es schon verdient, bist du Millionär, gerade auch beim Online-Business, wenn du die Entscheidung triffst, kommen gleich die Neider, beziehungsweise die, die alle schlecht reden. Und dann kann ich dir den Tipp geben, sei wieder anders als die anderen, geh den Weg weiter, mach immer weiter, mach immer weiter und genieße jede einzelne Sekunde deines Lebens. Never ever quit. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Fragen werden kommen. Und, was hat dir das jetzt gebracht? Bist du jetzt schon mit oder näher? Wie geht es dir? Alles gut? Und so weiter und so weiter. Ganz, ganz, ganz wichtig, never ever quit. Immer den Weg weitergehen und du wirst an dein Ziel kommen. Das erkläre ich übrigens auch meinen Klienten immer und immer wieder, dass es diese Neider, diese Schlechtredner und so weiter gibt, und du dich auf diese Fragen einstellen solltest. Wenn du eine Entscheidung triffst, andere Wege gehst als die anderen, ist das ein definitives Ding, eine definitive Situation, die kommen wird. Ganz, ganz, ganz sicher. Und dann liegt es natürlich an dir, wie du mit diesen Situationen, mit dieser speziellen Situation umgehst. Wenn dir Menschen versuchen, Steine in den Weg zu legen, Dinge auszureden, was du dann daraus machst, ob du weitermachst, ob du aufgibst oder jetzt erst recht Gas gibst, dich das Ganze motiviert und du deinen Weg speziell weitergehst. Kommt vor, auch bei meinen Coachings, bei meinen Klienten ist immer und immer wieder ein Thema, dass dann Menschen, also Unversatte, der jetzt gebracht hat, hab ich denen jetzt gebracht und so weiter. Und viele ja gar nicht wissen, was bei meinen Coachings passiert und es gar nicht verstehen, welche Veränderungen in den Menschen innerlich passieren. Ganz interessante Geschichte und immer wieder spannend auch solche Situationen selbst zu erleben. Was genau ist jetzt ein Trendsetter oder ein Leader? Jene Menschen, die es vorleben, die andere Wege gehen als die anderen und möglicherweise sich online etwas aufbauen oder da und dort im Leben vorangehen, es vorleben, Veränderungen und Dinge im Leben anders machen als die anderen. Und selbstverständlich werden dir versucht, Steine in den Weg zu legen. Es gibt Herausforderungen. Die gibt es immer und immer wieder im Leben. Ganz gleich, was du machst. Die Frage ist immer nur, wie gehst du selbst damit um? Machst du weiter oder bleibst du liegen? Bleibst du liegen oder stehst du wieder auf und gehst deinen Weg? Das ist ganz wichtig und hier im Winterwunderland am Bressegersee stehe ich gerade. Weil ich in meinem Leben einen anderen Weg gehe, beziehungsweise hier auch Familie besuche und den heutigen Tag so richtig zelebriere, so richtig genieße. Und das kann ich dir auch mit auf den Weg geben. Aber auch der Zeit für dich zu nehmen. Gerade dann, wenn du als Leader vorangehst, es vorlebst und möglicherweise auch immer für andere Menschen da bist, dir auch mal selbst eine Auszeit zu gönnen, mal nachzudenken, was du alles noch im Leben erleben möchtest und dementsprechend niemals aufgeben. Somit eines am Schluss. Kanal abonnieren. Damit du mich dann noch öfter siehst, klicke ich gleich auch auf die Glocke. Und wir sehen uns dann wieder auf meinem Kanal oder bei einem meiner Coachings-Prozesse, vielleicht auch bei meiner Blow Up Your Mind Transformation Challenge, wenn du auf dein persönliches nächstes Level kommst, auf deine nächste Ebene. Ganz gleich wie groß der Schritt ist, du diese Entscheidung triffst, als Trendsetter voranzugehen. Als Trendsetter und Leader voranzugehen, um dein Leben zu verändern. In dem Sinne dranbleiben, nochmal Kanal hier unten abonnieren, Glocke klicken und niemals aufgeben.